Ja, herzlich willkommen zu diesem Haley Video und ja, heute gucken wir uns mal die Derby-Ergebnisse an. Ich bin da gespannt. Wir sind zwar 6er Platz, das wusste ich auch schon vorher. Aber ich hoffe, es gibt halt hier gute Belohnungen und ich muss mal kurz was gucken. Weil wir haben ja dieses Schiff-Event. Wurde der Rekord schon geknackt? Ähm, nein. Da fehlen noch zwei Fehlt noch. Ja, ich sehe es gerade gar nicht. Ähm, auf jeden Fall holen wir jetzt mal die Derby-Belohnung ab. Ich werde wahrscheinlich nur einmal mischen, weil ich würde doch gern schon diese besonderen Urkunden bekommen. Aber die sind ja gerade gar nicht dabei. Das ist ziemlich, äh, beschissen. Nur so Puzzleteil und ja. Hier haben wir die Sahne. Ähm, ja. Da werde ich, glaube ich, mischen. Ja. So, auf die Hoffnung, dass was Gutes draus kommt. Und, wow. Keine einzige Permit-Urkunde da. Also manchmal denke ich echt, die wollen einen verarschen. Ähm, ich werde das Ganze jetzt nochmal mischen, weil ich möchte unbedingt, ja, so eine Urkunde haben. Hallo? Also hier, das geht ja gar nicht. So, und ja, eine, wow. Eine Urkunde, okay. Ja, das war's doch leider schon. Okay, mehr werde ich auch nicht mischen. Ähm, ja. Eine Urkunde nur, schade. Dafür haben wir hier fünfmal Sahne, 600 Butter, ein Puzzleteil, mhm, ja, TNT ist in Ordnung. Dann Tom, Puzzle, Permit. Ja, Tom und Bretter, okay, das ist in Ordnung. Ja, leider nur eine besondere Urkunde. Naja, kann man nichts machen. Okay, wir haben 2300 Punkte. Also eigentlich müssen wir sehr, sehr gut sein. Jo. Das war doch ganz schön gut. Und es haben echt alle sehr, sehr schön mitgemacht. Also Flower, Yannick, jeder hier von denen hat sich echt gut angestrengt. Und sogar Fami hat's noch geschafft. Was backt das denn hier so rum? Ganz ruhig. Also, saugut. Und ich hoffe nächste Woche das Debit wird genauso. Dann, ja, dann könnte das was werden. Jetzt haben wir hier Tom-Booster und Tom-Karte. Und dann kann ich noch meine Scheune abquälen. Auf 6450. Und, ja, da fehlt ja nicht mehr viel. Und ja, ist auch alles gut. Und da wäre die die 2500 auserreicht haben, könnt ihr etwas gewinnen. Und zwar entweder Land, Baumaterial, Sägen, Äxte, Honigwaben, Sahne, Zucker, Honig, Stadtmaterial. Ja, ihr könnt von den Sachen, die ich aufgezählt habe, was gewinnen. Ihr müsst einfach unten in die Kommentare schreiben. Warum habt ihr mich abonniert? Wie sei, wie habt ihr mich gefunden? und dann einfach Instagram-Namen dabei schreiben oder schreiben, wenn ihr kein Instagram habt, über YouTube Privatnachricht kontaktieren und dann ja, werde ich das durch Zufall dann auslosen und dann bekommt ihr ein paar Gewinne. Und bitte Namen dabei schreiben, ansonsten kann ich euch nicht kontaktieren und dann ist es ein bisschen scheiße. Also, vielen Dank fürs Zugucken. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.